Hallo, heute geht es um das Thema Haarpflege. Dieses Video wird präsentiert von Alexander Zug, Ihr Verwöhnfriseur in Echterdingen. Buchen Sie Ihren Termin einfach online unter www.alexanderzug.de Ich bin Alexander Zug, Ihr Verwöhnfriseur. Heute möchte ich das Thema Haarpflege ansprechen. Du bist unzufrieden mit deinem Haar, unzufrieden mit der Frisur, du brauchst zu lange für Styling, dein Haar fällt nicht, wie es soll. Das kann auch daran liegen, dass du nicht die passende Pflege verwendest. Denn zusammen mit dem Schnitt ist die Pflege sehr entscheidend. Denn nur wenn dein Haar perfekt gepflegt ist, wirst du auch mit der Struktur beim Styling, beim Föhnen, im Alltag klarkommen. Ist dein Haar zum Beispiel zu trocken und du hast naturgewähltes Haar, dann wirst du nie ein schönes Weltbild haben. Lass dich einfach von mir beraten und wir finden die passende Pflege für dein Haar. 22. Wir sehen uns beim nächsten Mal. ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.